Eines war ich ganz gut, ich bin sehr gespannt, wir schauen alle nach oben und erwarten die Ankunft und ja, schauen wir mal. Ja, das echt, ich bin ganz gespannt, wie sie runterkommen möchte, weil das Olympiastart natürlich jetzt hier mit Laien durchzogen ist, wo wir auf der Rede vorhin dran hingen. Jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, wie James Bond die Queen hier runterbringen, Schade. Ich glaube, er hat gerade die gleichen Bedecken gehabt und ich glaube, wir bekommen eine kleine Kostprobe des britischen Humors. Und sind sehr gespannt, wie sie das jetzt auflösen. Ja, warum nicht? Die einfachste Lösung wäre. Wahrscheinlich hat Daniel Craig zu ihr gesagt, Her Majesty, I'm afraid you have to jump. Also das ist eine Kunst, das ist eine sportliche Herausforderung, die falschen Springer, denn sie lernen jetzt wohl doch nicht im Olympischen Stadion, weil das wahrscheinlich zu gefährlich wird. Ich glaube, er hat einen Kostprobe des internationalen Olympischen Komitees, Königin Elisabeth und die Ehemann bezieht, der Duke of Edinburgh. Meine Damen und Herren, das Rapport des Royal Navy ist besucht von den Royal Navy, den British Army und die Royal Air Force. Die Royal Air Force, die Navy, alle Vertreter der britischen Areen tragen die Flanke Großbritanniens. Union Flag oder auch volkstumlich Union Jet genannt. Die Nationalhymne wird dann gesungen vom Chaos Singen Child.